Ich bin die Caro, ich leite unser Event-Department und ja, unsere Aufgabe ist es hauptsächlich irgendwelche Veranstaltungen zu organisieren, mit denen wir so ein bisschen die Studenten für uns gewinnen und natürlich auch ein bisschen Geld für unsere Kasse einbringen. Und heute haben wir uns eine Las Vegas Party überlegt und haben da auch verschiedene Specials. Ich stehe hier auch schon in einem und zwar ist es unsere Impressions-Kirche, wo man heute heiraten kann, weil unser Motto ist Las Vegas. Ja, ich habe jetzt ein bisschen zu Hause, aber ich bin hier. Oh, ich bin hier. Ich hatte die. Oh! 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 Oh. Oh! Oh! Oh!